Musik 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 guten morgen zu einer neuen ausgabe von morning walking die sonne scheint es ist hell am morgen ich bin heute raus ich hatte keine böcke mehr noch länger ich bin ja die ganzen letzten tage nur drin gewesen gefühlt auf der couch auf dem sessel im bett feuer gemacht fernsehen geguckt am computer rumgetüttelt aber nie draußen weil ich irgendwie auch die ganze zeit so leicht kränklich war vielleicht kränklich genau also ich weiß nicht ob das in der kältung war oder ob das irgendwas anderes war nur jetzt geht es endlich mal wieder zum morning okay ich wäre nicht so der blumentyp aber die dinger sind mir dann doch aufgefallen alten haus hatte ich ja meine morning walking strecke nach der wusste ich wo ich lange bei jedem matsch und regenwetter und jetzt muss ich mir hier einen neuen weg suchen und das ist gar nicht mal so leicht wo ich jetzt hier gerade längs lauf ist das glaube ich für diese schuhe hier irgendwie nicht so richtig weiß nicht ich glaube hier geht das sowieso nicht weiter hat mir das vorher bei google maps angeguckt irgendwo soll hier einen weg lang gehen aber hier ist ende sackgasse einfach kein weiter kommen okay dann mal rückwärts gang einmal wieder zurück einen anderen weg finden das ist mal echt blöd der weg dann im alten haus war nämlich so richtig gut da konnte man schön in seiner fast 10.000 schritte challenge man konnte so das waren glaube ich 8000 schritte und dann konnte man noch ein bisschen was einkaufen gehen und so und hier ist irgendwie gar nichts hier ist irgendwie nur matsch muss man das bei google maps nachher noch mal angucken wo das hier längst geht gar nicht angehen wanderung ist zu ende da muss ich mir wirklich noch mal was einfallen lassen weil der weg in dem alten haus der war echt tausendmal besser hier ist alles nur matschig ist kein richtiger rundweg hier ist ich werde noch was finden so jetzt mal gucken wie der tag beginnt ich habe jetzt in der zwischenzeit erstmal hier ein bisschen den ofen an gemacht weil das doch irgendwie ein bisschen kühl ist obwohl die sonne draußen scheint aber es ist kalt und jetzt schon den schraubenzieher in der hand wir haben hier ja diese tür hier das ist ja sozusagen unsere eingangstür ich gehe mal ein bisschen weiter weg so sieht das da aus hier die eingangstür so zu diesem wohnbereich hier und wir haben uns überlegt die tür die lassen wir einfach auf weil wir das hier als ein familienhaus nutzen und dann ist das irgendwie offener und cooler irgendwie wenn die tür offen ist so aber jetzt steht die hier immer so auf und maria hat sich hier diese bank da vorgestellt und dann hat sie mich mal gefragt ob ich nicht die tür mal rausheben kann und eben gehe ich daran so an die tür will die hochheben aber geht gar nicht weil das irgendwie so eine anderen scharniere sind kurz mal ins büro rein hier das sind ja so die normalen scharniere da hebt man die tür raus und dann ist die weg aber bei der eingangstür ist das irgendwie anders also das muss ich jetzt mal gucken ich schätze mal hier schraubt man einfach das ding hier unten ab jeder kann man ein stück rausschrauben und dann kann man wahrscheinlich so ein stifter rausziehen und die tür einfach so nach vorne wegnehmen oder so testet es mal den stift nach oben raus drücken aber halt unten ist ja auch noch einer fällt mir das nachher oben raus und unten ist sie noch gar nicht ab also erstmal ab machen ein brecher was macht ihr in unserem kühlschrank was soll das was soll das hier wird nichts geklaut weg 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 packt ihr da wieder rein dann die da werden die wurde erlauben die ist weich ich sag mal guck mal die ist weichen aber ich musste für den erst mal googeln doch die sind richtig biegsam die dinge man kann die ins wasser legen und dann sind die wieder knackig wird ins wasser legen oder so essen kann man auch so essen und verscheu ich mal die einbrecher hier was soll das die haben wir geklaut ok es so ins wasser legen nimmst die anderen alle mit weg ist und jetzt geht es weiter mit der tür obwohl vielleicht sollte ich die mal gar nicht ausbauen wenn hier ständig räuber kommen und uns alles weg mobsen muss mein werkzeug der schraubenzieher rutscht immer ab hier das ist doch echt ätzend ich weiß ich soll nicht immer so viel mod der schimpfen aber wenn er immer abrutscht es nervt nun fing eigentlich alles gut an ich habe das da oben gut hingekriegt der stift ist da schon raus jetzt wird das unten nichts ne ist auch schon gut und das problem ist alle kreuzschraubenzieher sehen so aus trotzdem mal mit anderen versuchen also schauen wir hier mal hier ist ja alles möglich aber leider kein kreuzschraubenzieher hier ist auch noch einer dran am taschenmesser aber ich glaube der geht ja noch schlechter so sollen wir hier schraube mit kreuzschlitz ich glaube damit komme ich da unten nicht mal drunter mal ausprobieren und könnte das werden mama kommt hier rein und sagt was machst du da und ich sag so die tür ausbauen und sie denn sowieso haben wir vor ein paar tagen darüber gesprochen ich dachte ich habe alzheimer nein ich habe auch schon alzheimer mit 40 ja alter bist du schon 40 jahre siehst eigentlich aus wie 25 hast du das eben gehört immer wieder gut drauf so jetzt muss ich gucken ob ich das hier gleich mit diesem neuen schrauber also wenn wir die aber ausbauen dann haben wir jetzt drücken und der akku ist leer es soll einfach nicht funktionieren warum kann man nicht einfach mal so seinen schraubenzieher nehmen den kreuzschraubenzieher der noch heil ist und nicht abgeknaddelt und die schraube abdrehen die nicht fest sitzt oder den akkuschrauber hat wieder ein bisschen strom es geht weiter ich mühe mir hier einen abschwitz schon die sau und marie sagt das ist so schön wenn der ofen anders oder so in der garage hat aufgeräumt ich bin sofort da war ich noch nicht einmal drin zum aufräumen ich habe auch seit die das aufgeräumt haben noch gar nicht geguckt weil ich gar nicht weiß darf ich überhaupt da reingehen und das filmen oder ist das ein video titel von euch ein video thema dann lass ich das mal baue hier weiter wenn der akku voll ist also oder anderen schraubenzieher hast du wo ist der andere akku ich finde diese kommode so genial super werkzeug kommode man muss nicht irgendwo hinlaufen kann kein keller keine kalte garage andere leute haben ihre werkzeuge in der garage liegen oder auf dem dachboden und nicht hier im wohnbereich aber was so ein richtiger heimwerker ist querstrich häuslebauer da muss halt auch immer seine werkzeuge haben und es geht weiter der nächste versuch der wievielte versuch ist das jetzt schon kein plan auch man dreht doch nicht durch da verflixt es wird nichts ne es gibt ja noch die notvariante indem man einfach hier diese zwei stifte die hier reingehen da kann man ja auch raus schrauben im immer schlüssel erst mal hier die gummiedichtung raus und dann dieser proppen hier der muss hier weg also ich habe gerade so hätte man hier das gummieding da weg dieses teil oder halt die kamera genau gute idee da hat auch irgendwann schon mal irgendwie dran rumgepult hier ne ich glaube teppichmesser war keine gute idee oder zu weich vielleicht bricht nur die klinge ab immer so ein bisschen lose rangeln links du bist sowieso der beste was das angeht sehr geduldig sehr geduldig ja ne das scheint trübt manchmal da ist auch noch was fest ne das ist also auch noch was ja aber da oben so kann ich hier das gleich einfach rausziehen das ist ja auch so theoretisch praktisch ok doch nicht das war die teorie hier steht ein bisschen rum ne ja geht doch die kommt die kommt kann man sogar diese dinge abmachen dass man das nicht machen wir das auch so mein schöner kranz muss noch da weg irgendwas klappt ja nicht so ganz naja gut das gesicht von der tür hängt ja auch noch irgendwie da im weg ne aber schon geht es nicht rauf knallt ne auf fliesen und gehen die fliesen kaputt und dann auch nicht so richtig weil ich hier den stift schon rausgezogen hatte und weißt du was dann kann ja mit dem stift hier weitermachen unten so oben anders und dann wird gleich aber kriegst du dich alleine bewegt überhaupt sollte ich dir helfen beim tragen ist ja nicht schwer ja die kommt tatsächlich krass wir haben keine türen mehr und wir haben jetzt viel mehr Platz wir haben keine türen mehr andere freuen sich wenn die drin sind wir freuen uns wenn die raus sind ja da war mehr platz also hat auch mehr luft zum atmen so kriegt denn das nicht raus ja muss noch ein stück glaube ich daraus ja ja jetzt natürlich jetzt auch hier so ein bisschen Tür und Zarge damit kaputt machen perfekt juhu also schnucki komm her gerade fragt sie mich noch wird die garage aufgemacht und das war deine idee das doch da weg zu bringen oder ja ich hatte nur gesehen dass die garage plötzlich offen ist ja so also wir haben die muckis an und dann geht es los vielleicht sollte ich erst mal meine muckis an ach ne die sind warm dann lass mal die jacke anziehen komm jetzt die jacke ist los und schon wird es dekoriert soll ich dir beim dekorieren was helfen und dann sieht das aus wie neu und jetzt gibt es die Nudelfande hier die ist eigentlich die ich gestern übergangen bin ich hab ja im kühlschrank gar nicht gesehen dass da noch was machen da hatte ich ja mein erstes oder das vorgestern schon ne das war gestern also ich hab es vorgestern gekocht und du hast es gestern und dafür gibt es jetzt angebrannte Nudelfande mit Hacken Gemüse hmmm ich will da was kein Plan der stirbt unsere Ruhe so und Feierabend für heute ich hab jetzt gerade eben einmal ein YouTube Video ein TipTapTube Video hochgeladen von dieser Challenge die ist flüssig normal oder trocken normal oder flüssig bis das mal so durch die Gehirnwindungen durch ist überall ne also das Video haben wir gerade hochgeladen bei TipTapTube und ich habe mal ein ja ich habe eine Kamera so daneben mitlaufen lassen um das ganze mal uncut zu zeigen was wir da so machen es ist ja immer noch ein bisschen mehr als das was zum Schluss bei TipTap tipptap raus kommt ja so und gerade eben habe ich jetzt auch schon mal so ein bisschen hier unsere Trockenmaschine die ist ja immer noch nicht wieder zurück und nicht repariert und heute musste ich da schon wieder Amazon anschreiben weil die nämlich uns zwar fragen nach wo ist die Rechnung und wie ist die Nummer von der Maschine und die wollen alles wissen und dann sind sie weg wohlgemerkt nicht Amazon sondern A.O. also die verkaufen über Amazon und eigentlich mit der Lieferung waren die ganz schlechte das ging ganz ruckzuck die waren schnell die waren nett und das war da und dann war gut aber jetzt fühle ich mich ein bisschen alleingelassen wir trocknen hier im Raum auf unserem neuen Wäschetrockner und die etwas schwerer zu trocknen Sachen wie Handtücher die trocknen hier um unseren Trockenofen herum zum Glück haben wir den und also das haben wir jetzt auch mal nicht ganz so auf großer Flamme weil es hier drinnen nämlich echt warm ist weil es draußen natürlich nicht so kalt ist aber wir können das nicht eher als trocken kriegen hier und irgendwie aber das Z-Garantie gibt es dann auch nicht mehr dafür sind wir ja schon nur Monate drüber das gilt irgendwie nur in den ersten 90 Tagen glaube ich ich glaube nicht mal 90 30 also auf jeden Fall sind wir weit drüber das ist vier Monate her so weit sind wir dann auch wieder nicht drüber naja mal gucken was da jetzt passiert ich habe mir auch schon gedacht wisst ihr was wenn ihr mich hier so verarscht und sich keiner meldet bestelle ich mir das Ding einfach neu und dann sage ich nach einem Tag so die ist kaputt und dann kriegen die die alte wieder zurück aber die Maschine gibt es nicht mehr bei Amazon so da komme ich also auch nicht weiter außerdem sind wir ja auch keine Betrüger die sollen sich mal melden Mann das ist doch ein Geschäft die haben uns was verkauft das ist Schrott also sollen die sich mal drum kümmern wir müssen uns auch immer um alles kümmern ich mache jetzt feiern oder was ist hier los Versprechung soll ich dabei sein und tschüss und tschüss Musik 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 Musik